Das ist Samira. Sie ist mit ihren Eltern aus dem Krieg in Syrien geflüchtet, wenige Tage nachdem ihre beste Freundin von einem Granatspeter getötet wurde. Das war vor über einem Jahr. Von ihrer Oma und ihrem Opa hat sie seitdem nichts mehr gehört. Und dennoch träumt sie fast jede Nacht von ihnen. So ähnlich wie Samira geht es heute rund 60 Millionen Menschen, die gezwungen waren, ihre Existenz aufzugeben, um irgendwo anders in Sicherheit weiterleben zu können. Was außer den Schrecken eines Krieges treibt Menschen dazu, ihre Heimat zu verlassen? Viele Flüchtlinge werden verfolgt, weil sie andere Meinungen vertreten als das herrschende Regime oder weil sie ihren eigenen Glauben behalten wollen. Angehörigen sexueller Minderheiten droht in vielen Ländern nach wie vor die Todesstrafe. Manche Mädchen und Frauen versuchen durch die Flucht einer Zwangsheirat zu entkommen. Und auch Naturkatastrophen und anhaltende Dürren zwingen Menschen oft dazu, von ihrem eigenen Grund und Boden zu flüchten. Die meisten fliehen dabei erst einmal an einen sicheren Ort innerhalb ihres Landes. Nur ein Drittel setzt den Fuß über die Grenze. 95 Prozent aller syrischen Kriegsflüchtlinge wurden in den Nachbarländern aufgenommen. Zum Beispiel im Libanon, einem Land nicht größer als Tirol. Neben 4,4 Millionen Einheimischen leben hier heute über 2 Millionen Flüchtlinge. Jeder zweite davon ist ein Kind. Umso wichtiger ist es in den rasch errichteten Flüchtlingscamps, neben Unterkunft, Essen und medizinischer Versorgung auch Bildung zu ermöglichen. Abgesehen davon bietet das Leben in den Camps niemandem eine langfristige Perspektive. Aber nur die wenigsten, meistens junge, gesunde Männer, auf denen die Hoffnung ihrer ganzen Familie ruht, können die körperlichen Strapazen und die Kosten einer weiteren Flucht, zum Beispiel nach Europa, auf sich nehmen. Denn wer flüchtet, ist meist illegal unterwegs, oft unter lebensgefährlichen Umständen, zu Fuß, auf verborgenen Wegen, versteckt im Laderaum eines LKWs oder auf überfüllten Schiffen und immer mit der Angst, erwischt und zurückgeschickt zu werden. Samira hat es geschafft. Sie lebt mit ihren Eltern seit drei Monaten in einem Flüchtlingswohnhaus der Caritas. Und das ist ihr gutes Recht. Schließlich gibt es seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs eine internationale Übereinkunft, die Genfer Flüchtlingskonvention. Auch Österreich hat sich dazu verpflichtet, Flüchtlinge aufzunehmen, ihnen zu essen und ein Dach über den Kopf zu geben. Und zwar so lange, bis in einem rechtlichen Verfahren geklärt worden ist, ob sie Asyl, also Schutz, erhalten und in Österreich bleiben können. Und trotzdem fehlt noch viel, damit Samiras Familie wirklich hier ankommen kann. Die Caritas hilft dabei, so gut es geht, bei Behörden wegen, mit Kleidern, Möbeln und mit Gelegenheiten, sich aktiv am Gemeindeleben zu beteiligen. Samira hofft, dass ihr Papa bald wieder als Zahnarzt arbeiten kann und dass auch sie bald ihren Platz in diesem fremden Land findet. Und dazu braucht es nicht nur Spenden, oft braucht es einfach nur ein bisschen Zeit, um miteinander zu spielen, um beim Deutsch lernen zu helfen, um gemeinsam zu feiern und gemeinsam zu lachen. Oh nein. Ah, ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Spannungsgeladene